das spiel ist vorbei der iran gewinnt gegen syrien von mir ist erstmal glückwunsch an den iran dass ihr das spiel gewinnen konntet ihr wart besser er hatte doppelt so viel schüsse er hatte dreimal so viel schüsse aufs tor mehr ballbesitz fairer gespielt also muss man sagen verdienter sieg für den iran gegen die syrische nationalmannschaft die tore ja 30 57 dann ging ich schneller 77 89 ein tor habe ich wohl irgendwo übersehen in der 37 also zwei tore früh und dann noch ein später nachgelegt also souveräner sieg für den iran glückwunsch von mir war nun freundschaftsspiel also alles gut